Keiner nehmen Limitis Bus-Ding ist für die Busfahrt zum Schirmen-Mohol-Land Samstag, dem 12.10. Und wer ist dabei? Das Team der New Yorker Freie Finale! Die Hände! Und damit All-game und passend hier im Finale in der New York Line könnt ihr ab morgen bei uns Trommel-Mohol-Land jetzt gewinnen und nicht nur das zusätzlich kümmern wir uns auch von unserer Hand und Anreise und alle Überlangung ins Anflug Verfolgt dazu einfach die von der News-Beitleger NewYorker-Land.de Die Rezeption mit